Missverständnis. Ich wollte gar nicht. Ich sollte helfen, mich ein bisschen zu entspannen. Nein, hören Sie ab, weil... Franziska? Was machst du hier? Anschaffen. Mein Gott, jetzt sei doch nicht so spießig. Ich habe einen schönen Tag. Ich habe einen schönen Tag, aber mache ich mir. Ich habe einen schönen Tag. Aber ich habe einen schönen Tag. Ihr habt einen schönen Tag. Und dann geht es mir noch aus. Mein Gott, jetzt bist du? Also, es ist mir schön. See you again. Tschüss. Anything else? Excuse me, madam. This might be the trick. At Caltex, our staff will do whatever they can. Thank you so much. You're welcome. To help make your life a little easier. Caltex. Nice and easy.